Leute, diese kleinen grünlichen metallischen Fliegen setzen sich gerne auch auf Schafe und auch andere Tiere und legen ihre Eier in Fell ein, in Nähe der Haut. Und wenn die Kleinen schlüpfen, krabbeln sie unter der Haut des Tieres. Und manche Schafe gehen sogar dabei ein, es könnte auch bei Hunden passieren. So sehen die aus, die sind nicht gerade ohne. Die gehen gerne auf Tiere drauf. Man sieht, die warten auf, sind auf der Lauer und bei der Tessie sind sie auch momentan drauf, aber ich wollte euch nur zeigen. Die sind nicht ohne, diese Fliegen. Die legen ihre Eier bei den Schafen im Fell und dann schlüpfen sie. Ich habe das vor ein paar Jahren erlebt, da ist sogar ein Schaf eingegangen, weil die ganze Maden am Hinterteil sich aufgehalten haben. Und von innerlich, von innen haben sie sie auch so aufgefressen. Wenn ihr die sieht, diese Fliegenart, es gibt ein Mittel dafür, für die Schäfer und auch für die... Man sieht, so sehen die aus. Das sind grünmetallisch glänzende Fliegen, die ihr gerne ihre Eier auf lebendigen Tieren legen. Immer sehr wachsam sein. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Das wollte ich euch nochmal zeigen.